Im Gefängnis, Kim Kardashian trifft Kloes ex Tristan. Kim Kardashian, 42, und Tristan Domsen, 31, machen gemeinsame Sache. Eigentlich ist die Unternehmerin nicht gerade gut auf den Ex ihrer Schwester Kloe Kardashian, 38, zu sprechen. Ende des vergangenen Jahres kam ans Licht, dass der Basketballspieler eine Frau geschwängert hat. Während er noch mit der Schwester der Sekar der Sheeans Protagonistin zusammen war. Doch für einen wohltätigen Zweck rauften sich Kim und Tristan nun offenbar zusammen. Diese Woche hatten Tristan und ich ein inspirierendes Friendsgiving-Dinner mit den jungen Männern, die im Camp Kilpatrick inhaftiert sind, berichtete die 42-Jährige ihren Followern auf Instagram. Dazu teilte die Unternehmerin ein paar Bilder, die Einblicke in ihrem Tag mit ihrem Ex-Schwager in dem Gefängnis gewährten. Gemeinsam mit den inhaftierten Männern aßen der Sportler und die vierfache Mutter unter anderem zu Abend und unterhielten sich über deren Träume und Hoffnungen. Wie Hollywood Live berichtete soll sich das Verhältnis zwischen Tristan und den Kardashian nach dem Fremdgeh-Skandal wieder verbessert haben. Das mag wohl auch daran liegen, dass der 31-Jährige und Clö erst vor wenigen Monaten trotz Trennung ihr zweites gemeinsames Kind bekommen haben. Trotz der Probleme, die Clö und Tristan in der Vergangenheit hatten, konnte sie sich darauf konzentrieren. Eine gesunde Beziehung mit ihm als Elternteil aufrecht zu erhalten, plauderte ein Insider aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017